Hallo zusammen, Thomas hier. Es gibt ja so fotografische Genres, die sind vollständig unterschätzt. Die sind viel anspruchsvoller und eigentlich viel schwieriger als so mancher oder so manche denkt. Und genau zu diesem Genre gehört die Reisefotografie. Und eigentlich ist das auch schon falsch, denn Reisefotografie und genau das ist das, was die Reisefotografie so anspruchsvoll und so herausfordernd macht. Denn Reisefotografie ist eben nicht nur ein Genre, sondern gleich mehrere. Ein guter Reisefotograf kann gleichermaßen gut Architektur fotografieren, Landschaft fotografieren, Natur fotografieren und auch Street fotografie machen. Also die Menschen, die sich dann in einer Stadt aufhalten. Und um das gut zu bewerkstelligen, muss man gut präpariert, muss man gut vorbereitet sein. Und ich bin hier nun auch wirklich normalerweise häufiger in Städten, auch in Städten oder generell auf Reisen unterwegs, so dreieinhalb bis vier Monate im Jahr. Und dementsprechend gibt es so ein paar Dinge, die sich für mich im Laufe der Zeit als ganz entscheidend herauskristallisiert haben, die unbedingt funktionieren müssen, die ich unbedingt im Griff haben muss, damit das dann auf Reisen auch mit dem Fotografieren klappt. Und genau um die geht es heute. Und das Wichtigste für die Reisefotografie sind richtig gute Schuhe. Ich weiß, man stellt Schuhe normalerweise nicht auf den Tisch. Nicht nur normalerweise, nicht eigentlich gar nicht. Aber die sind ganz neu. Ich habe die noch nicht draußen getragen. Deswegen mache ich das ausnahmsweise heute mal. Und ich mache das aus dem Grunde, weil gutes Schuhwerk in der Reisefotografie fast das Wichtigste von allem ist. Natürlich neben der Kamera, mit der wir noch fotografieren können. Und warum sind gute Schuhe so wichtig? Gerade auch in der Reisefotografie, wenn wir in Städten unterwegs sind. Gerade da, wenn ich eine Fotoexkursion mache, um Fotoreisen für euch vorzubereiten. Beispielsweise jetzt in Paris, wo ich vor einigen Jahren war, mehrfach, mehrere Wochen, um für euch die Fotoreise vorzubereiten. Um mit euch an richtig tolle Plätze zu gehen, wo eben noch nicht jeder Hinz und Kunz seine Fotos gemacht hat. Ich habe gesagt, nicht Hinze gesagt. Ich habe gesagt, Hinz und Kunz, ganz bewusst. Wo es eben auch noch Motive gibt, selbst in einer vermeintlich tot fotografierten Stadt wie in Paris. Und ich kenne da Plätze, die trotzdem noch nicht auf jeder Postkarte sind und trotzdem ungemein fotogen. Und manchmal ist es einfach nur eine etwas andere Perspektive. Um da aber hinzukommen, muss ich bei meinen eigenen Fotoexkursionen unglaublich viel laufen. Und wenn ich in einer Stadt unterwegs bin, beispielsweise in Paris, weiß ich, dass ich zwischen 14 und 16 Kilometern jeden Tag gelaufen bin. Ich bin viel mit der Metro gefahren, aber die reine Wegstrecke, die ich zurückgelegt habe, waren zwischen 14 und 16 Kilometern. Das ist deutlich mehr, als ich laufe, wenn ich im Hochgebirge unterwegs bin. Da macht man natürlich viel höher, aber nicht so viel Strecke. Und 14 bis 16 Kilometer ist viel. Und gerade wenn man viel läuft, dann braucht man richtig gute Schuhe. Ganz egal, welche Schuhe das sind, das müssen Schuhe sein, mit denen ihr gut laufen könnt. In meinem Fall sind das normalerweise Tracking-Schuhe, so halb hohe Tracking-Schuhe. Also mit Wanderstiefeln würde ich da nicht laufen. Aber halb hohe Tracking-Schuhe, die schon ein bisschen robuster sind, die auch nicht ganz so leicht abrollen. Jogging-Schuhe wären für mich vollkommen ungeeignet. Das muss aber jetzt für euch nicht gelten. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, in welchen Schuhen könnt ihr gut und lange und, was ganz wichtig ist, ermüdungsfrei laufen. Mit welchen Schuhen könnt ihr richtig viel Strecke machen. Und das sind die Schuhe, mit denen ihr auf jeden Fall dann auch Reisefotografie machen solltet. Denn ihr werdet bei der Reisefotografie normalerweise viel laufen. Insbesondere dann, wenn ihr euch die Motive selber erschließen müsst. Und die Schuhe sollten im Idealfall auch noch eingelaufen sein, damit ihr euch keine Blasen lauft. Und wenn man eine Blase hat, egal wo am Fuß, ist das Laufen alles andere als schön. Und dann läuft man nicht mehr und dann fällt auch die Reisefotografie aus. Also deswegen, Schuhe ist fast das Wichtigste bei der Reisefotografie. Der nächste wichtige Punkt ist eine gute Vorbereitung. Wenn ich Reisefotografie mache, wenn ich Fotoexkursionen vorbereite, dann bereite ich mich sehr intensiv vor. Ich recherchiere sehr viel natürlich im Internet, ziehe aber auch ergänzend Gedrucktes zurate. Also es war aber auch noch nie einfacher, sich auf eine Fotoreise, auf eine Fotoexkursion vorzubereiten als heute. Denn die Bilder, die wir uns anschauen können von dem Ort, an den wir reisen wollen, zumindest die meisten Orte, sind schon sehr gut fotografiert, fotografisch dokumentiert, sodass man sich sehr gut eingucken kann und sehr viele Ideen und Anregungen holen kann, was man fotografieren will, wie man es fotografieren will oder wie man es eben auch nicht fotografieren will, wenn man nämlich Bilder findet, die man alle schlecht findet. Das geht mir durchaus häufiger so, dass ich mir denke, warum haben die das nicht anders fotografiert. Vielleicht ging es nicht anders, aber wenn ich vor Ort bin, probiere ich es auf jeden Fall anders. Und dann werde ich ja sehen, ob es geht oder ob es nicht geht. Also Bilder sind eine ganz, ganz wichtige Vorbereitung und die Quellen kennt ihr alle selber, die muss ich euch gar nicht aufzählen, die man da zurate ziehen kann. Aber ich gehe auch auf Suche nach vielen Blogposts oder auch noch den klassischen Reiseführer, den man dann wahlweise in digitaler Form oder in gedruckter Form zurate zieht, um auch da so ein bisschen schon mal einzutauchen in den Ort oder in die Orte, die man dann fotografisch bereisen und aufsuchen möchte. Recherche ist also so wirklich mit das Wichtigste. Und dazu gehört natürlich auch, was kann man denn da vor Ort fotografieren? Natürlich erstmal die üblichen Verdächtigen, die Sehenswürdigkeiten, die man in jedem Reiseführer findet, die man in jeder Bildersammlung findet und die man auch ansonsten auf jeder Postkarte findet. Aber das, was dann nachher das Salz in der Suppe ausmacht, was das A und O ist, ist gerade die Orte zu suchen, die eben noch nicht überall dokumentiert sind. Da habe ich dann immer so ein paar Klassiker, die ich immer versuche aufzusuchen in einer Stadt. Das sind beispielsweise Märkte, sind im meisten sehr, sehr interessant fotografisch. Die Leute, die da rumlaufen, Street-Fotografie hatten wir gerade, das, was ausgestellt wird oder das, was angeboten wird. Also Märkte sind sehr bunzend, sehr trubelig und da kann man richtig tolle Fotos machen. Bahnhöfe, U-Bahnhöfe, Straßenbahn und ähnliche Dinge lassen sich auch sehr gut fotografieren, aus verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Blickwinkeln. Oft gerade in Städten, die Altstädte haben, der Gegensatz von modern zu alt, am besten auch noch in einem Foto, sind auch sehr, sehr lohnende Motive, die sich bei der Reisefotografie lohnen. Und aus all diesen Dingen, die ich da recherchiert habe, sowohl Bilder als auch Texte, mache ich mir eine Liste, eine Prioritätenliste. Und da stehen wirklich dann von oben bis unten genau die Dinge drauf oder die Orte, die Sehenswürdigkeiten, die ich aufsuchen möchte, die ich fotografieren möchte, wo ich hin möchte zum Fotografieren. Und das fängt wirklich bei dem Wichtigsten an und hört bei dem Unwichtigsten auf. Also hier unten in der Liste durchaus auch schon mal Streichergebnisse, wo ich weiß, wenn das nicht klappt, weil ich mir für etwas anderes mehr Zeit nehmen wollte oder musste, dann ist das nicht so schlimm. Neben den Fotozielen, die ich ansteuern will und die ich ansteuern werde, ist ein weiterer sehr, sehr wichtiger Faktor Zeit. Und zwar sich sehr viel Zeit zu nehmen, um sich treiben zu lassen. Eben nicht auf geradem Wege an den Ort, an die Sehenswürdigkeit, an den Fotospot zu gelangen, wo man fotografieren möchte, sondern kreuz und quer zu laufen. Ich nehme mir immer sehr, sehr viel Zeit, um an mein potenzielles Fotoziel zu kommen. Denn durch das Fotoziel und den letztendlich kreuz- und querweg, den ich dann früher oder später dahin hin finde, finde ich nicht selten gerade auf dem Weg zu meinem Fotoziel viel interessantere Fotoziele, viel interessantere Fotospots. Nämlich die, die abseits sind vom Mainstream, die nicht auf jeder Postkarte sind, die nicht die Nebenreiseführer sind und die nicht auch schon millionenfach auf Instagram gelandet sind und von jedem anderen Fotografen, der da schon mal war, fotografiert wurden. Neue Perspektiven, andere Perspektiven hängen natürlich auch vom Wetter ab. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ganz wichtig ist aber, dieses sich treiben lassen und kreuz und quer durch die Gegend laufen. Was dabei sehr wichtig ist und auch schnell übersehen wird, ist ein guter Stadtplan. Also man muss natürlich sich auch jederzeit orientieren können, dass man, sobald man wieder an ein Straßenschild gelangt und man jetzt der Meinung ist, jetzt müsste man vielleicht doch mal etwas zielgerichteter zu seinem eigentlichen Ziel laufen, dass man sich dann mit einem Stadtplan wieder orientieren kann, um zu schauen, wo bin ich und was kann ich jetzt tun, um zu meinem Ort zu laufen. Mit Google Maps habe ich im Übrigen, was das angeht, überhaupt keine guten Erfahrungen gemacht, denn da ist es, gerade wenn man Google Maps auf die Orientierung für den Fußgänger legt, ist es oft sehr schwierig, dann wirklich genau die richtige Richtung zu finden und ähnliche Dinge. Also ich habe da meine Schwierigkeiten mit. Was ich schon mal mache, ist, dass ich mir in der Vorbereitung Google Maps Karten vorher ausdrucke, die ich dann mitnehme, aber ich habe immer auch einen papiergebundenen Stadtplan dabei. Und im Übrigen, an den Orten, gerade wenn in einer Stadt fotografieren geht, in den Touristeninformationen bekommt man in der Regel zumindest vom Innenstadtbereich. Und gerade in den Städten, die Altstädte haben, ist das dann in der Regel der Innenstadtbereich. Und das ist auch das fotografisch interessanteste, attraktivste, oft, oder zumindest vordergründig attraktivste, wo man auf jeden Fall hingehen sollte, hat man dann, oder bekommt man von den Touristeninformationen in der Regel immer Innenstadt-Stadtpläne, so auf DIN A4 meistens, die man dann mitnehmen kann. Am besten gleich mehrere. Wenn man sich dann abends im Hotelzimmer, in der Pension, wo immer man dann auch untergekommen ist, kann man sich dann auch den einen oder anderen Stadtplan hernehmen und sich dann auch seine Ziele beispielsweise nochmal einzeichnen. So, und jetzt kommen wir zu dem, was letztendlich dann auch noch irgendwann mit dem Fotografieren zu tun hat, nämlich zu der Kamera. Und da ist es eigentlich ganz einfach. Da ist meine Erfahrung und mein ultimativer Tipp. Kennt eure Kamera. Die Kamerafunktionen, die ihr braucht, von denen ihr meint, dass ihr sie brauchen könntet, die solltet ihr im Schlaf beherrschen. Die solltet ihr aus dem FF kennen. Bei vielen Kameras kann man ja heute schon auch Einstellungen abspeichern, Einstellungskombinationen. Das solltet ihr auf jeden Fall tun, damit, wenn es denn soweit ist, damit ihr beim Fotografieren so schnell wie möglich die Kamera schussbereit zur Hand habt. Und ich erlebe das auch wirklich auf vielen Fotoreisen, auf vielen Workshops, wirklich bei jeder Fotoreise, bei jedem Fotoworkshop. Ich habe immer den einen oder den anderen Teilnehmer oder Teilnehmerin dabei. Die hat mehr oder der hat mehr damit zu tun, seine Kamera einzustellen, als sich eigentlich auf die Umgebung, auf das reine Fotografieren zu konzentrieren. Deswegen ist der Tipp so banal wie wichtig, lernt eure Kamera kennen, kennt eure Kamera und wenn die vielleicht ein Jahr im Schrank gelegen hat, nehmt die rechtzeitig wieder raus, geht auch mal in eurer näheren Umgebung, testweise damit fotografieren, damit ihr merkt, wo bleibt die vielleicht wieder hängen und dass ihr euch dann mit dieser Funktion oder mit den Funktionen nochmal beschäftigen könnt und wenn ihr dann wirklich auf Reisen geht, damit eure Kamera wirklich schnell fotografieren könnt. Und der fünfte Tipp zur Reisefotografie ist die ISO-Automatik. Das ist eine Funktion, die habe ich lange, lange Jahre gar nicht genutzt, aber da ich in den letzten Jahren doch verstärkt auch wieder mehr in Städten unterwegs bin und wo auch in Situationen bin, wo es schnell gehen muss, habe ich die ISO-Automatik sehr schätzen gelernt. Ich bin per se jemand, der eigentlich fast alles manuell einstellt und fotografiert. Ich bin damit sehr schnell, aber es gibt genügend Situationen, da ist das nicht schnell genug. Und da habe ich die ISO-Automatik sehr, sehr schätzen gelernt. Und dann gibt es sogar noch Kameras mit besonderen ISO-Automatik-Funktionen und zu diesen Kameras gehört unter anderem die Fuji-Kameras, zumindest meine kleine X-E4 hat das, ich gehe mal davon aus, die anderen Fuji X-Kameras beispielsweise haben das auch. Da gibt es nämlich eine ganz besondere Form der ISO-Automatik, die wirklich perfekt ist für die Straight-Fotografie. Da macht nämlich die Kamera idealerweise alles selber. Das Einzige, was ich dann noch vorstelle, voreinstelle, ist die Blende. Und diese besondere ISO-Automatik lässt sich so einstellen, dass man einen Empfindlichkeitsbereich einstellt, eine untere ISO-Empfindlichkeit und eine maximale ISO-Empfindlichkeit, innerhalb derer sich die Kamera selbstständig bewegen darf, je nachdem, wie die Lichtverhältnisse sind. Und in Verbindung mit dieser besonderen ISO-Automatik kann ich sogar noch einstellen, was ist die kürzeste Verschlusszeit, die die Kamera wählen soll. Gerade wieder bei der Straight-Fotografie, wenn ich Bewegung einfrieren will, muss ich mit einem vergleichsweise schnellen Verschluss, mit einer kurzen Verschlussgeschwindigkeit fotografieren. Ich habe da per se eingestellt, eine 160. Und das regelt die Kamera dann in Verbindung mit dieser ISO-Spannweite von ganz alleine. Da brauche ich nur noch durch den Sucher gucken und einfach nur noch abdrücken. Also ISO-Automatik ist für mich inzwischen in der Reisefotografie das A und O, wenn es darum geht, schnell zu fotografieren. Und noch ein letzter Tipp, quasi ein Bonus-Tipp, wenngleich so ein richtiger Bonus-Tipp ist das nicht. Eigentlich habe ich ihn schon genannt, aber ich möchte es einfach nochmal betonen. Wenn ihr auf Reisen seid, wenn ihr Reisefotografie machen wollt, nehmt euch Zeit. Das Unglücklichste, was man machen kann, ist wirklich durch irgendwelche Orte zu hetzen, um schnell irgendetwas abzufotografieren, nämlich genau das, was man im Reiseführer gesehen hat, das, was man auf Postkarten gesehen hat oder das, was man im Internet von anderen Fotografen gesehen hat. Das im Prinzip nur noch nachfotografieren. In so einem Fall würde ich wirklich fast dazu raten, kauft euch lieber die Postkarten, die sind gut fotografiert und dann habt ihr die Motive mit nach Hause genommen. Wenn ihr wirklich richtig gute Reisefotografie machen wollt, ist es genau wie in jedem anderen Genre der Fotografie auch, ihr braucht Zeit, um die Besseren, um eure eigenen guten Fotos machen zu können. Ich weiß, das ist für viele ein Problem, gerade dann, wenn ihr mit eurer besseren Hälfte und auch vielleicht noch mit den Kindern unterwegs seid im Familienurlaub. Dann hat man nicht so viel Zeit. Dann kann man aber in der Regel auch nicht unbedingt die guten Fotos machen, die man sich vielleicht vorgenommen hat. Wenn ihr wirklich richtig gute Reisefotografie machen wollt, versucht das mit der Familie zu arrangieren, nehmt euch ein oder zwei Tage raus, wo ihr fotografieren könnt und dann in den anderen Tagen macht ihr was mit dem Rest der Familie. Hängt natürlich von eurer Familienkonstellation ab, kann ich natürlich nichts zu sagen. Aber versucht euch für Reisefotografie so viel Zeit wie möglich für das zu nehmen, was ihr fotografieren wollt. Und zur Not setzt Schwerpunkte, setzt einen Fokus. Wenn ihr in der Stadt unterwegs seid, dann geht ihr eben nur in diese Altstadt, in ein paar Gassen, was auch immer. Und wenn ihr aber trotz allem Schwierigkeiten haben solltet, euch die Zeit nehmen zu können, dann natürlich mein ultimativer Tipp, kommt mit mir auf eine Fotoreise nach Paris, demnächst nach Venedig und in Vorbereitung demnächst auch nach Lissabon. Dann könnt ihr euch mal ein paar Tage ausschließlich mit vielen anderen netten Menschen, die ausschließlich fotografieren wollen, genauso wie ihr, könnt ihr euch dann gemeinsam durch eine Stadt bewegen und könnt richtig gute Fotos machen. Ich bin ja dann auch noch da und ich helfe euch dabei, dass dann das mit den richtig guten Fotos, wenn ihr noch nicht so geübt seid, auch richtig gut klappt.